hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge minecraft mta mta ghost wir sind wieder in unserem haus mich hat gerade ein weekend angerufen heißt ja auch wie gesagt wie keiner was da will ich guck mal was da will ich nehme das auch nicht zufall mit dem gleichen namen ich hatte d d d vorher log 1 aufgeschlossen aber nicht auf diesem server also lass mich im roh nee das ist ein Problem ich habe mit jeder hinterher und ich war länger als der auf dem server guckt euch mein spiel schon an 195 196 schon ich will auch jetzt kein beef mit dem oder so warum lass ich die jetzt auch in ruhe aus heulen so nimmst du ja ja klar mache ich das warum sonst warum bin ich dann sonst hier auf dem server einfach so viel spiel ok nee mach ich eigentlich gar nicht mehr ich bin nicht mehr hier auf dem server seitdem ich das jetzt mal aufgenommen habe aber egal ich werde soll ruhig machen mich jetzt nicht nimm dich nur in acht Ich hätte einfach Nein schreiben sollten. Ich habe den Weg, heißt das du mir, ich rolle, ähm, Rost. Soll ich bloß in Ruhelasten der Weekend? Ich bin der einzig wahre Weekend L.P., na und der soll mal seine Fresse halten, ich bin, ja, na und, ist mir doch völlig egal, ob der seit drei Jahren diesen Namen Weekend, äh, puh, ich habe das gefeift beim Reden, ist mir noch nie passiert, ist mir auch völlig egal, ob der den Namen schon drei Jahren hat, äh, das ist mir so schnorre, äh, ich bin hier länger auf dem Server, von daher hat der mir meinen Namen hier geklaut, so ähnlich geklaut. Ähm, was wollen die jetzt alle hier? Das war meine Idee. So, break, break. So, nicht von, wenn es jetzt ein bisschen komisch auf mein Mikrofon wird, ich habe es nur ein bisschen näher jetzt an meinen Mund gestellt, damit, ähm, ihr mich besser hört, aber irgendwie ist der, ist die Halterung, die Tischhalterung für mein Mikrofon aktlicher geworden, keine sagen warum. Äh, was mache ich? Ähm, ich muss einfach da rein. Bitte was? Self. Status. Ich habe doch einen Führerschein. Bitte was? Ach stimmt, ich bin jetzt Trucker. Stimmt ja. Hahaha. Oh, dieser Weekend, der hat mich so durch, äh, so durcheinander gebracht, dass ich jetzt vergessen habe, was ich will, was ich machen wollte, so. Oh, ich hätte auch vorher darauf gucken können, als dass ich arbeite, ich Kartoffel. Aber daran ist der Weekend schuld und nicht ich So Mich juckt ja nicht, ob der mir jetzt drohen will oder nicht Also das ist mir so schnarrig, kann ja jetzt eigentlich reporten Report Report, ähm, jetzt hör auf der, was, ich hab Geldabzug bekommen, ficken am Arsch, so Egal, äh, report, ähm Weekend Ho Mir mit Irgendwas Habe das Aufwand So Report ist Gesendet Also diese Wagen werden ja auch nicht abgeschleppt, diese elegante So Break Jetzt wird erstmal ein bisschen Money gemacht So, Pizzaboy wird jetzt ausgeliefert Junge, Junge, Junge Theoretisch hab ich, ja, ich hab dir nichts getan, Alter Äh, mich, ich versteh nicht, was dein fucking Problem ist jetzt, ganz ehrlich Ach Hier, André Gamer Ist das, also, ihr kennt den jetzt nicht, ich kenn den unter André Gamer Äh, ist ein Kumpel von mir, dieser Magical Prince 12 Ist ein Kumpel von mir Ist jetzt Auf dem Server, aber juckt euch ja nicht, ne? Ja, 100 Dollar bekommen Jetzt brauch ich noch siebenmal so viel, um diese Schulden von gerade auszugleichen Zeit fahren mach ich nicht, weil mir das zu stressig ist Und ich zu stressig ist und 50 Dollar mehr ist mir jetzt nicht so ganz wert Obwohl Ich könnte mir noch mal überlegen, aber Näh Ich bin gerade zu feil dafür Äh, ich wette, ich muss wieder da hinten hinfahren Ach, der ist Ballas Der Magical Prince 12 Ich hoffe mal, dass Sam mich jetzt gleich nicht wegkinkt, wenn er hier vorbeifährt oder so So 100 Dollar Bei Level 10 bekommen wir irgendeine andere Ähm So, Motor an Ja, ja, Magical Prince 12 Ich weiß, habe es gerade gesagt im Video Video Jetzt weißt du das Jetzt hab ich dich verraten Ey, wenn du diesen Weekend siehst Kill den, please Der droht mir Droht 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 Oh Egal So Ähm Ich Oh Mann, ich kann nicht schreiben Mann Ich jobbe So Ich hab Ähm So Ich kann nicht schreiben, wenn Um diese Uhrzeit, die da oben rechts steht Er hat gesagt Ich bin länger als der Als der Auf diesem Ser Wer also Soll der mal Seine Klappe Halten So Jetzt hab ich's gegeben Alter Jetzt Jetzt Vielleicht das Jeder Alter Dass ich so ein böser Junge bin Oh Och Nö Ich bin so böse Mann, ich muss mich jetzt auf das Job konzentrieren Ist eigentlich nur Fail Aufnahme heute Äh Ah ja stimmt Da wollte ich mir 5000 überweisen Stimmt ja Ganz einfach so So Ja Wir sind das Guck ich gleich mal Nachdem ich diese Ware zugestellt habe Warte, muss ich weit fahren Muss ich What the fuck Ich renne mal da hinten hin, ist ja nicht weit, ich wurde nur TP'ed und dann, joa, Standard. Guckt euch mal an, wie der aussieht, Alder, Heslum, ähm, habe das im Shit, so, ich kann mir das nicht merken, weil, äh, so eine Scheiße merke ich mir einfach nicht, einfach nur Kinderkram, ähm, ähm, dass ich mich in Acht nehmen soll und, äh, dass er ein Ziel für heute hat, nachdem ich gesagt habe, dass ich ein Video aufnehme, ja. Ähm, Kartoffeln. Was? Äh, das ist dir klar, oder? Ähm, so, wir sollen jetzt auch nicht petzen gehen, weil ich habe wirklich keinen Bock auf Beef. Ich überziehe die Falle. Kann ich weiter jobben, beziehungsweise das Video beenden fahren. So, das war's, diese kleine Pille-Palle, die er gerade da abgezogen hat, ist mir eigentlich so schnorre egal. Ist mir auch null peinlich, weil der, was will, was will der? Ich kann nichts dafür. Ich habe den Namen schon auf, auf YouTube, aber in Minecraft, okay, mit German, am Ende, ich, ich nenne mich überall so. Jetzt kommt der, äh, der übernabe, was? Äh, ne, 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 ne. Okay, wenn du das Video jetzt siehst, dann tut mir leid, aber, ähm, das war halt irgendwie komisch halt für mich. Du weißt, dass ich kein Beef mit dir haben will, aber, ähm, egal, juck dich wahrscheinlich nicht. Ähm, ich habe heute in dieser Folge 200 Dollar geschafft. Geil, wa? Alles nur wie diese Pille-Palle. Ich würde mein Auto jetzt auch nicht reparieren fahren, weil das zieht einfach zu viel Money, Money, Money. Oh, 200 Dollar geschafft in 14 Minuten. Das Video ist mal wieder zu lang. Äh, jetzt kann ich nicht mal ordentlich fahren. So. Magic Kill Price ist jetzt wieder offline, okay, gut. Ähm, darum, ich habe mich schon gewundert, hä, warum steht da hinten, vor meinem Namen nicht Handy oder so? Äh, meine Fresse. Nichts geschafft in dieser Folge. Das ist halt eine Kuddel, Muddel, Schmuddel, was weiß ich, Folge. Wow. Das Auto, möglichst wenig schrotten. Möglichst wenig Pudden machen. Jetzt fahre ich wieder hier falsch rein. Was ist das denn? Ich bin ja total verpeilt um diese Uhrzeit. Äh, gleich zu Hause und danach Schluss machen für heute. Nee, gar nicht wahr. Meine Haustür ist da hinten. Ich weiß immer noch nicht, wo ich wohne, von daher. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, ob ich, ähm, für diese, für dieses Let's Play auch mal so off, offscreen spielen kann. Damit das hier ein bisschen schneller geht. Damit ich nicht 230.000 Millionen Folgen davon mache. Und ihr davon, äh, euch nur langweilt. Wenn ihr das wollt, kann ich das ruhig machen, dann, ähm, dann geht's halt auch schneller und so. Naja, egal. Ich habe euch halt diese, äh, weiß nicht, wievielte Folge von, äh, Cosplay Live, gell. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und sauterei. Tschüss. Oh mein Gott. Tschüss. 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 Vielen Dank.